Kiste, für die ich ne Bombe und ne Schlüssel brauche und da bestimmt was total tolles drin Ich seh zum Beispiel Eine Münze Oder noch ne Goldene Kiste Und in der ist dann eine Münze Ah ne Tollbombe Ja ist er Dummer 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 Oh was haben wir hier drin Ah Kein Bock zwei Kno wieder zum nächsten Item round zu laufen Speeder Speeder Das ist doch auch schon wieder beides scheiße Pillen finde ich eh da nicht genug um So Ach komm Ach komm Ach das ist doch langsam nicht mehr wahr Das ist doch langsam nicht mehr wahr Müll will doch keiner Das war ja das Fällt mir eigentlich noch auf Fällt mir eigentlich noch auf? Ich weiß dass die Aufnahme sich irgendwann mal unterwegs verabschiedet hat Ja Ja Wie das Trauer spielt immer noch auf Ich will das nicht Ich will das nicht Ich will das nicht Es gibt noch wenigstens mal ein gutes Item Ich will das nicht mehr nehmen Aber eigentlich Zehn Stunden später Ich glaube, die guten Items sind wirklich alle... Weiß nicht, soll ich vielleicht eine Warnung einbauen für Epileptiker? Schon wieder diese verfickte Drecksfliege? Ich glaube es nicht. Ich wollte jedes beschissene Drecks-Item mitnehmen, dass es irgendwie gibt in diesem Spiel. Selbst wenn ich es noch nicht freigeschaltet habe, habe ich schon dabei. Ach, jetzt gib mir doch mal irgendwas Gutes. Komm schon! Wie viel bin ich? Minus 40! Jawoll! Jetzt muss es ja lohnen! Wollte ich noch mal gucken! Noch ein paar mehr! Ja! 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 und das ist ich habe doch auch mal irgendwo gute items frei gespielt irgendwo sind die doch mit sicher ich hatte da welche es ist unglaublich wie viel müll kann man denn bekommen schon was gutes das geld drin ich glaube es geht wirklich keine gute items mehr damage plus hp ab heute nicht überzeugt mich nicht würde ich mir anschauen definitiv dieses video mehrfach also das würde ich jetzt schon mehrfach angucken dabei spiele ich nicht mehr so los das wäre jetzt toll wenn ich grid machen würde habe ich mit ihm schon grid ich mache das jetzt so lange bis ich ein gutes item bekomme und dann mache ich noch mal ran und dann schluss könnte es noch ein bisschen dauern aber kurz die fetten pumpen zeigen habe ich zwar schon mal aber kann es ja trotzdem mal machen ich könnte mal einen schluck trinken ich glaube ich muss mal schluck trinken ich habe noch einen schluck genau das mit frust fressen aber um schwein ich bin in der friertruhe 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 stopf hinein in den backofen mach mir das dann und es ist dann so zwei räume da muss doch was gutes dabei yes splasht da ist bloß tierisch ok das ist nicht so geil aber hey splasht hallo pride endlich ein gutes item geil geil es fängt schon wieder an mich so zu trollen ja ich baue eine bombe ich baue eine bombe habt ihr eine bombe ich brauche eine bombe ich habe splash fest wenn ich ein gutes item bekommen nach 20 au ich bin gleich tot 20.000 versuchungen habe ich zwei sekunden gutes item dann bin ich tot ich brauche keinen schlüssel ich brauche eine bombe ich brauche eine bombe ich brauche eine bombe soll ich vielleicht nicht nachts laut in der gegend rumschneiden dass ich eine bombe brauche jetzt soll ich mal draußen auf kann ich mal ein mobiles internet geben damit ich draußen mal lesplayen kann und ramschreien kann dass ich bomben brauche das kommt bestimmt gut egal ich habe endlich ein gutes item es wird aufgeräumt hier ich brauche noch eine bombe gib mir eine bombe gib du mir eine bombe komm schon das ist keine bombe aber damit kann man auch Türen öffnen aber ich brauche keine Türöffner ich brauche eine bombe eine bombe verdammte scheiße ich brauche eine bombe gib mir Bombe gib mir Bombberman Mann Euer hab ichSecretبي Gibt mir den boss робot Ich töte den boss denn mineral er bedarf Und noch irgendwas anderes, aber das ist scheiße, das wollte ich gar nicht. Aber zwei gute Items sind, kann ich wohl kaum erwarten. Dafür ist das Spiel viel zu scheiße. Was soll ich denn mit einem HP ab? Spiel, gibt mir was brauchbares, meines Blash Damage. Monsters Lunge zum Beispiel, das ist doch Monsters, gib mir mal deine Lunge. Kann ich sie eben nicht einfach rausreißen, während der, nachdem ich ihn getötet habe, einfach mal töten und die Lunge rausreißen. Muss doch möglich sein. Was gibst du mir? Ach, das ist doch so wieder alles Kacke. Und ich brauch immer noch eine Bombe. Ich brauch eine verfickte Bombe verfickt nochmal. Vielleicht soll ich meinen Kanal mal auf 18 stellen. Ach, komm schon, gib mir eine Bombe, du verficktes Drecksspiel. Bomben! Bomben! Ich hab Bomben! Ich leg's mich am Arsch. Ich hab Bomben! Schneller, beweg dich, beweg dich, bewegung. Ja, wirst du. Ja. So, jetzt muss ich ganz präzise Bomben. Ich hab' natürlich kein Geld hier, Pisser. Bomben! 99 Stück, nur sollte ausreichen. Bomben! Ich hab' Bomben! Ich darf morgen durch die Fußgängerzone schreien. Ich hab' Bomben! Bomben! Komm' ich schon gut. Mach' ich auch nackt. Blau angemalt. Wird großartig. Ein Wun bringt mich in den Shop, ne? Äh, geil, Bomben. Hab' ich grad' nicht so viel. Ich hab' auch mehr Bomben. Brauch' mehr Bomben. Im Moment. Nee, nee, warte mal so los. In diesem Wun bringt mich. Nee, es bringt mich, glaub' ich, nicht. Geheimraum? Geheim. Bomben! Ich hab' noch ein Item. Raum. Noch mehr Bomben. So langsam aufhören will. Du wirst so... War nicht weit genug weg. natürlich kriege ich jetzt kein zweites gutes item deswegen sollte man sich nie irgendwie drauf verlassen dass man gegen das brauche bekommen und nicht über den post machen wir so viel scheiße in dem spiel großteil von allem was man freispiel ist halt auch scheiße auf den boden mache ich morgen auch in der fußgängerzone während ich bescheide sich und blau und nackt und blau angemalt bin ich den alten richtiger war scheiße meine freundin was gut ist mit solchen damit so ein zweites cooles item ist auch noch nicht schlecht wenn ich den boss nicht machen wollen dann kann ich nach alten geheimräumen suchen keine zeit nach geheimräumen gibt es noch was so liebst du noch stirb ich brauche ein herzen ich brauche items jetzt wo ich bomben maximal behindert was gut ist was ist das Junge! Gutes! Was kriegst du? Schrott. Alter, ich kann seinem Schuss gar nicht ausweichen. Aber ich kann reinlaufen. Ey, du hast ein gutes Item, Zeit zu sterben, du Pisser, du dummer. Da kriegst du mal ein gutes Item und dann verreckst du gleich wieder. Ach, leg mich noch nicht am Arsch. Eton habe ich den Boss Rush auch noch nicht. Gut, machen wir noch einen Eton ran, dann reicht es aber heute. Hier kann ich nicht neu starten. Die hat den Eton. Oh, 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 das könnte jetzt noch, jetzt noch das passende Item dazu und dass der Spaß beginnt. Ich will nur hoffen, dass ich es bekomme. Das schneide ich wieder nicht bei meinem Pech. 99 Bomben wäre natürlich jetzt auch geil. So, hallo mein Freund. Ist da ein Geheimraum? Ja. Mit Geld. Ich geh jetzt nicht den Shop suchen. Ach komm. So ein Stück Scheiße schon wieder. So ähnlich sehen meine Zuschauer auch aus. Die sind eigentlich schon etwas dunkler, weil sie schon etwas vor mir hinschimmelten. Schnauze wird nicht gepfiffen. Wenn hier immer eine Pfeife ist, dann bin ich das. Ich habe eine Statistik mit der durchschnittlichen Randzeit. Äh nicht, dass ich wüsste, ich weiß nicht. die augenruf dann siehst du kann ja mal gucken der mensch ab so kommen wir uns einfach darüber es dampelt ein gutes item wer ist denn damit was willst du denn oh der rock gib mir den rock ja jetzt gib mir den rock und du gibst mir more options ich weiß auf jeden fall es eine statistik gibt ob die auch jetzt brauche rasch jetzt wird schmerz 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 wo sind hier irgendwelche blauen steine nein gut kein damage wobei den kleinen stein nicht mehrfach bekommen das geht gar nicht mehr